jo leute und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal und wir sind heute mal wieder in einem neuen spiel da ich gedacht habe dass wir mal wieder was anders machen können weil wir haben braucht jetzt fünfte folge schnell rausgebracht und dieses spiel hat er kein ziel und ich habe schon so oft erwähnt und deshalb haben wir jetzt einfach weiter dieses spiel guts and glory ist ein bisschen so ähnlich wie vielleicht kennt ihr der ein oder andere von euch happy wheels ist ein internet game spiel also das hier ist jetzt ein spiel auf einem pc aber das andere ist ein internet game spiel und es ist ein 2d das hier ist ein 3d und das ist ein bisschen ähnlich da habe ich das jetzt gerade gesagt vielleicht werden wir an einem oder anderen tag auch mal das internet spiel spielen aber wir legen jetzt erstmal losgehen auf play und starten das ganze und das ist naja das variiert ein bisschen und beim spiel geht es automatisch eher ein bisschen runter also schauen wir mal ok movement das ist schon mal gar nicht mit der maus das ist mit den pfeiltasten ok und dann kann ich mich auch so ja aber es könnte es könnte ein bisschen ein bisschen nerve sein ein klein bisschen so ja so ist geil ok dann fangen wir mal an hier das ist kann man auch schnell fahren kamera brauche ich nicht viel zu gefährlich und dann kameras ok ok noch mal eine runde und los los bitte scheiße naja ging eigentlich ich hätte die andere nehmen so die wäre cooler gewesen na dann form mal so naja mit meiner stimme geht es eigentlich hätte es schlimmer sein können aber ich jetzt habt ihr das erste mal gesehen wie ich gestorben bin ok was war die tasse v neuen versuch die c kommen die slow motion scheiße scheiße allah egal es war ein versuch wert ok jaaa ok warte warte wir machen das mit ein bisschen anlauf wir gehen jetzt einfach mal hier hin wow ich habe das gefühl das nitro wird hier nicht aufgeladen ich nenne jetzt einfach mal nitro wir können jetzt einfach den speed nennen den extra bonus den wir bekommen und hoch alda ich wollte gerade sagen wenn ich den jetzt beim ersten versuch hinbekomme komm her nochmal ok ok so und jetzt nochmal schön mit anlauf ok so nein scheiße weiter geht's weiter geht's so und jetzt ach komm los nein he 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 Alter war das verbuggt man diese hand oh mein gott alter ok ok fliegen wir fliegen wir neuer versuch und los bitte fahr doch voll langsam hööööööööö hä hä hab grad sagen hab ich jetzt noch mal runter weil es so lustig war oh gott fast vorbeigefahren ok bin vorbeigefahren haha aber ich hab's geschafft war ja gar nicht so schlecht ich bin noch durchgekommen C, Controller, aha, ok. So, warum 10, Z? Ah, wir gehen im Licht, ok. Als ob ich das nicht so ohne Licht sehen würde. Wow, 14 Kameras. So, warte, so. Und jetzt, kam schon, gibt alles an da. So, was? Na dann, ey, bin ich zu unfähig oder so? Ok, jetzt. Na gut, das war schon mal schlecht. Nächster Versuch. Ok, nochmal, nochmal. Ich denke, nie. Dann. Kommt doch jetzt nicht mal runter, oder? Warte, warte, warte. No man, langsam, langsam. Oh, stell dich auf, Allah. Da. Ah, ah, ah. Nein! Ah, ich war doch schon unten. Ich war doch schon unten. Ok, warte. Ich war schon unten, Alter. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Hilfe. Oh, wir haben es geschafft. Nächstes. Nächstes Mission. Nächstes Mission vor allem. Ja, die sind noch nicht in der Mission verfügbar, die ich hier habe. Vielleicht schaue ich mir mal nach einer anderen, wo das verfügbar ist, aber... Sag mal. Wird die gleich jetzt einfach nochmal angeklickt? Ich wette. Die hier wollte ich. So, ok. Uh, das Fahrrad. Mehrwahl habe ich ja eh nicht. Na mal los. Was ist denn der? Warum muss das da hinten sein? Ok, ok. Wie kommen wir da am besten rein? Am besten... Wollte grad sagen, Alter, wenn ich jetzt sterbe wegen so einem Schirm, scheiß, das kann ja nicht sein. Oh Gott. Oh. Ja, wir drehen noch mal eine extra Runde, weil es so schön war. Boah. Was ist das? Wollte jetzt nochmal durchziehen. Hä? Das hat nicht mehr geht. Das ist doch langweilig. Kann ich mich hier irgendwo töten? Komm, aber richtig dumm. Ja, ich wollte mich richtig dumm töten. Geht das? Aber wir töten uns hier irgendwie richtig dumm. Bietze. Bietze. Ok, wartet. Ja. Scheiße. Egal. Nächste. Nächste Sala. Day at Park with Saw. Ok. Oh, das wird bestimmt gut. Ich sehe es jetzt schon an diesen Blutflecken. Oh, nein. Wollah. Hör mal los. Hm. Wow. Was ist das? Auf jeden Fall ist es laut. Es ist laut. Okay. War doch gar nicht so schwer. Aber ich weiß, es war noch nicht alles. Warte, schnell mal. Ist jetzt so. Das ich so intelligent bin, war ja irgendwie klar, ne? Ja, wie der klar. Typisch. Gut geschah. Noo, noo. Noo, noo. 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 Ja. Wow. Ja, und weißt du, wisst du jetzt was? Lassen wir uns jetzt nochmal schlachten, oder? Hat er? Nein, hier warte, hier. Halt, das kann ja nicht sein. Jetzt ruhig gesto- Das war ein Bug. Hä? Jaaaaaah! Backe? Hat Spaß, mach. Nächste Runde. Old Cabin Heim, Alter. Oh! Ja, geil, und da ist noch nicht verfügbar. Scheiße! Na, dann fahren wir einfach mal mit dem Fahrrad. Chill diese Strecke hier entlang. Wird bestimmt ganz, ganz schön. Ah! Hilfe! Ah! Ich steh unter Beschuss, Allah. Allah. Jaaaaaah! Oh Gott! Ah! Hilfe! Oh Gott! Was ist das? Könnte mich doch nicht antun, Allah. Fahren wir halt anders, machen wir so wie wir wollen. Gehen wir einfach hier, wartet. Vielleicht mal hier links. Oh Gott! Da unten wartet der Schub. Ah! Uuuuuh! Oh oh! Ne! Ja! Steh auf! Oh! Mann! Haben wir halt hier oben rum. Oh, Allah, das wird doch nicht schneller. Na egal. Laufen wir ganz langsam. Hier oben. Langsam, langsam. Boah! Okay, wie machen wir das jetzt? Einfach, oh komm, hier runter. Boah! Boah! Das wird eigentlich gar nicht schneller. Was bringt das dann? Das wird noch was. Wow! Wow! Ja! Jetzt hängt was aus mich ab. Ja, da. Los! Gib meinen Kopfschuss! Ich packe mich auf. Ja! 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 Langsam. Ja! Ah! Ah! Allah! Ja! Jaaa! Oh! Au! 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 Oh! Oh, guys. Okay, um, warm up. ja los geht's dieses spiel billig aber egal egal kind brauchen wir nicht weiter geht's oh scheiße wow oh ich hab den spielding zahlen bekommen brauchen wir nicht geht auch so langsam brauchen wir nicht scheiße geht wirklich langsam nein egal mach mal so tja zu langsam ja und jetzt nochmal weil es so schön ist mit slow motion durch eine richtig geile granate äh nicht granate äh dringfalle scheiße ja cool also das ist für das special ding heute ey leute das ist war wieder richtig geil und ja wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben und ey warum geht es nicht das geht nicht ja jetzt geht es gib einen daumen nach oben schaut gerne bei mir wieder auf dem kanal vorbei abonniert mich wenn ihr das möchtet und naja ja wie gesagt ich erwähne gerne dieses wort bewerte das ganze und ja dann sehen wir uns im nächsten video schon Leute macht's gut und bis dann ciao